Die Hamburger Welt steht für knapp zwei Stunden still. Die Stadt ist geteilt und sie hält den Atem an. Sie ist förmlich elektrisiert. Es wird heiß, es wird laut, es wird wild werden. Ein Derby ist immer etwas einzigartiges und in seinem Verlauf unvorhersehbar. Vangala vorbei, 1-0. Hand mit dem Ball für Santos. Vielleicht jetzt die erste Chance in dieser Partie. Hand und das Tor von Lazoga. Pierre-Michel Lazoga, genannt die Maschine. Und die Chance! Grenzen pariert von Julian Pollerspeck. Vangala für Ötchan! Himmelmann da rein! 2-0! Zaka gegen Neudecker. Neudecker mit dem Foulspiel. Oh, die Chance gehört sich an! Und Lazoga! Und Lazoga knipst wohl die Lichter aus mit diesem 3-0. Unglaublich, wie der HSV effektiv heute daherkommt. Santos! Jetzt wirds bitter für den FC St. Pauli. Jetzt schickt der HSV die Boys in Braun mit Übergepäck nach Hause. Der Beziga! Der Beziga! Der Beziga!